Hier sind wir in der Bundesliga, am Mikrofon Manny Bröckmann und Frank Buschmann. Die heutige Begegnung Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Also ich habe schon mal mitten zwischen Fans gesessen, die mir Prügel angedroht haben. Das ist ja hier komplett anders. Ja, das ist ein Logenplatz hier, aber das macht richtig Spaß, das macht Appetit auf das Spiel. Vielen Dank. Das war der Anpfiff des Schiedsmichters. Alex Meyer Martin Lani Hasebe Eigno Der Ball ist frei Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt, er muss Freistoß fight. Schiri lässt das Spiel nicht an der langen Line, er zeigt sofort Geld und er gibt sofort die Richtung vor. Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestritten. Anders auf! So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen? Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Sauber geklärt Kiel Kiel Hummels Der Schiedsrichter signalisiert, das lasse ich nicht durchgehen. Abgefälschter Ball und immer aus. Hasebe Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Tja, und bei diesem Ballverlust, da sieht er ganz schön alt aus. Martin Lani Der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Wunderbarer Pass, das kann gefährlich werden. Schöner Pass! Andersson Sambrano Aigner Meier Der Schiedsrichter sagt sofort, das geht in Ordnung. Bender Ein harter Arbeiter für die ganze Wiese. Und der ist alleine durch! Jetzt kämpfen sie um den Ball. Jetzt zieht er ab! Drei Der Schiedsrichter sagt sofort, das geht in Ordnung. Drei 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 Hasebe, Bender, Zubotic, Pisek, Maja, Sambrano, Alex Mayer, Aigner, Erfolgreicher Zweikampf. Andersson. 0 zu 0, das ist das Ergebnis zur Pause, aber das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Die Jungs trainieren die ganze Woche und dann zeigen die uns, was haben die sich zusammengespielt in den ersten 45 Minuten. Also schlimmer kann es jetzt nicht werden. Ne, und wenn die so weitermachen, komme ich zumindest nicht mehr hierher. Also das hat mit Fußball wenig zu tun. Kagawa. Ein weiter Pass. Er sucht Obermeer. Und das ist jetzt die Möglichkeit. So stoppt man einen gegnerischen Angriff. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Martin Lahnig. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Meier. Andersson. Azebe. Jetzt könnte es gefährlich werden. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. Piszczek. Kagawa. Das nennt der Abiturient Antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Klare Sache. Gibt Abstoß. Es wird nochmal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner nochmal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Das Musserpfeifen. Ein klares Foul. Das können wir hier sehr schön sehen. Korrekte Entscheidung des Referees sehen wir hier ganz deutlich. Unfaires Einsteigen. Beide Trainer haben sich entschieden. Frische Spieler brauchen die Teams. Abseitsentscheidung korrekt. Abseitsentscheidung korrekt. Abseitsentscheidung arriben. Ja, der Trainer bringt nochmal einen frischen Spieler. Die verstehen sich blind. Ja, da kommt was auf uns zu. Subotic. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Hasebe. Das müssen wir uns, glaube ich, nochmal angucken. Das war so knapp, das war ganz eng, aber er sagt, es war abseits. Es gibt nur Abstoß. Vielleicht fällt hier doch noch der Siegtreffer. Und vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung erfolgreich, will jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Kagawa. Blaschikowski bewegt den Ball. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Blaschikowski. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Aigner. Hasebe. Ein Ballsfreist. Diesen Schiri kennen wir. Der gibt garantiert Freistoß. Hat er noch ein paar Assi im Ärmel, der Trainer. Er bringt nochmal einen neuen Mann. Wenn man da in die Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen Angst gehabt, aber im Endeffekt ist es gut gegangen. Aigner. Nach zweimal 45 Minuten haben wir keinen Sieger gesehen. Aigner. 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 Untertitelung des ZDF, 2020